Um ein Problem auf dem Anlasser zu diagnostizieren, ist es wichtig, das Geräusch beim Drehen des Schlüssels zu analysieren. Drücken Sie das Kupplungspedal und drehen Sie den Schlüssel. Überprüfen Sie in Startphase, dass die Innenbeleuchtung hell bleibt. Diese Anzeige gibt den Hinweis, dass der Batterie genügend aufgeladen ist. Bestätigen Sie es mittels eines Multimeters. Für ein wiederholendes, schlagendes Geräusch des Anlassers ist die Wahrscheinlichkeit für ein Masseproblem sehr gross. Um das Problem zu lokalisieren, überprüfen Sie jeden Anschluss des Massekabels unter Last. Der Spannungsabfall befindet sich an der Befestigungsschraube des Anlass. Wiederholen Sie die erste grundlegende Kontrolle. Der Spannungsabfall 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 dass ein Problem im Stromkreis 30 befindet, sehr gross. Um das Problem zu lokalisieren, überprüfen Sie jeden Anschluss der 30-Leitung unter Last. In dieser zweiten Situation ist der Spannungsabfall an der Kontaktbrücke des Manetschalters. Nach zahlreichen Startvorgängen beschädigen sich die Kontaktflächen und können einen Spannungsabfall verursachen. Man kann versuchen, den Kontakt mittels eines Hammers zu verbessern. In der dritten Situation, wenn kein Geräusch von Anlasser beim Drehen des Schlüssels zu hören ist, wiederholen Sie die erste grundlegende Kontrolle. Ohne Geräusch von Anlasser wird die Wahrscheinlichkeit eines Unterbruchs im Stromkreis 50 oder der Masse sehr gross sein. Überprüfen Sie mit einer Prüflampe die Stromversorgung des Anlasser-Relais. Legen Sie eine Brücke mit einem Schalter zwischen den Anschlussklemmen des Relais. Falls während der Aktivierung der Anlasser nicht angetrieben wird, kann das Relais und alles, was sich davor befindet, nicht infrage gestellt werden. Überprüfen Sie mittels einer Prüflampe, ob die gesteuerte Spannungsversorgung am Anlasser anliegt. Überprüfen Sie, dass der Strom durch die Spule der Einzugswicklung fließt. Überprüfen Sie die Masse des Anlassers, nachdem Sie die Klemme an den Pluspol der Batterie angehängt haben. Wenn der Schlüssel gedreht wird, muss die Lampe weiterhin hell leuchten. Wenn diese Kontrollen in Ordnung sind, wird die Unterbrechung zwischen den Kohlen und Kollektor liegen. Man kann versuchen, den Kontakt mittels eines Hammers zu verbessern.